Hallo ihr Lieben! Wir möchten euch India vorstellen. India ist eine ganz ganz süße und ausgesprochen nette junge Hündin, die hier im Refugio per Animali auf ihre große Chance wartet. Sie wurde damals mit ihren Geschwistern über die hohen Tierheimmauern geworfen, da ihre Vorbesitzer sie nicht mehr haben wollten. Und seitdem wartet India geduldig auf ihre große Chance. India ist sehr verträglich und freundlich, anfänglich ein bisschen schüchtern, aber das legt sich ganz ganz schnell. Sie ist sehr bewegungsfreudig und aktiv und sehr verträglich, deswegen würde sie auch super zu einem souveränen Ersthund passen. Und in näher ist jetzt hier gerade unser Videobomber. Und ja, wie schon gesagt, freundlich, süß, lieb, einfach nur ein absolutes Herzblatt. Also, wenn ihr euch in India verliebt haben solltet, dann meldet euch bitte im Tirefugium Hanau unter der 06 181 91 99 089 oder schreibt eine Mail an info at www.tirefugium.de und wir informieren euch über das weitere Vermittlungsprozedere.